Ich freue mich ganz herzlich und ganz toll ist das für mich heute hier diese Keynote zu halten und somit den Grundstein für die heutige Diskussion und so weiter auch zu legen. Und ich möchte gerne sprechen und euch für einen konkreten Gedanken begeistern im Kontext der Rolle von KI im HR und möchte damit viele Fragen aufwerfen, die wir dann vielleicht in der Diskussion und auch in den Pitches aufgreifen können. Also KI und das ist mir, das ist ganz wichtig, KI verändert alles. Wir denken viel zu klein, wenn es um KI geht, gerade im HR-Bereich. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Wir müssen uns klar machen, wir werden die maschinelle Superintelligenz irgendwann in der Hosentasche haben. Mit unseren Handys, die heute schon deutlich mehr können als der erste C64-Computer, den ich unter den Fingern hatte und zwar deutlich mehr, haben wir diese Inhalte, diese maschinelle Superintelligenz in absehbarer Zeit direkt in der Hosentasche immer mit uns dabei. Wir werden im HR auch datenbasierte Personalisierung der Employee Experience möglich machen, dadurch, dass wir auf diese ganzen Datensätze zugreifen können, die an verschiedenen Stellen zusammengebracht werden. Wir werden uns darauf verlassen können, dass KI für uns automatisierte Planung in Echtzeit auf Basis aller Eventualitäten, die in den Daten abgebildet sind, übernehmen kann. Das gilt nicht nur für Personalplanungsthemen, das gilt für ganz operative Planungsthemen. Ich möchte eine Dienstreise machen. Das weiß die KI dann schon, weil ich das schon terminiert habe und kann darüber dann eben auch schon alle Dinge wie eine A1-Bescheinigung vorbereiten für Dienstreisen im europäischen Ausland. Ihr kennt das viel besser als ich und dergleichen. Die kann alle diese operativen Tasks schon proaktiv übernehmen. Und darüber hinaus auch wird es eben dadurch, wird diese Power der künstlichen Intelligenz auch das HR-Business-Modell und die Business-Modelle, das wie HR heute in eurem Unternehmen Wert schöpft, komplett durch Mensch-Maschine-Kooperationen transformieren und auch sehr stark disruptieren. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Basistechnologie. Künstliche Intelligenz ist eine absolute Basistechnologie, die das verbindende Element ist zwischen all diesen hier abgebildeten technologischen Innovationen. Die liegt irgendwo im Herz von all diesen Bereichen, soziale Robotik, Mensch-Maschinen, Schnittstellen, Blockchain, Kryptotechnologie, erklärbare KI und Gerechtigkeitsfragen. Ihr seht es selber, Data Mining, prädiktive Analysen, alles basiert irgendwo an irgendeiner Stelle auf Machine Learning oder künstlicher Intelligenz. Und das ist heute auch mein Kernargument zu sagen, die Innovation im HR-Bereich und warum KI-HR revolutionieren wird, ist nicht, weil wir jetzt in der Lage sind, irgendeinen kleinen HR-Prozess quasi intelligent zu automatisieren, sondern wenn hier diese Trends, die ich euch hier abgebildet habe auf dem Bildschirm, zusammenkommen und wir mit Verschlüsselungstechnologien plötzlich auch alle Rechtssicherheiten bekommen, die wir brauchen in dem Kontext, zusammen mit dem virtuellen Assistenten etc. und den ganzen Prädiktionsfähigkeiten von Big Data Analytics, dann wird diese Revolution wie eine Welle über uns herschwappen. Und wenn wir uns da nicht drauf einstellen frühzeitig, dann wird uns diese Welle überschwappen. Kollege Roboter ist nicht zwangsläufig unbeliebt, selbst heute nicht. Ihr seht das hier in dieser Umfrage unter 8000 Personen, der AI at Work Report, der regelmäßig rauskommt, 53% sind optimistisch und begeistert über den Einsatz von Roboter-Kollegen. 64% würden dem Roboter sogar mehr vertrauen als ihrem eigenen Manager. Ich weiß jetzt nicht, über wen das was Gutes sagt, über den Roboter oder den Manager. Obwohl nur 36% der Leute glauben, dass Roboter unvoreingenommen sind oder unvoreingenommener sind. Was wir uns klar machen müssen, ist die sinnvolle Nutzung von intelligenter Technologie im HR-Bereich gleicht einer Bergexpedition im Winter. Der Erfolg ist bei Aufbruch noch völlig ungewiss. Und unsere Visionen sind viel zu klein aktuell, denn wenn wir diesen Berg erklimmen wollen, dann müssen wir uns fragen, haben wir die richtigen Menschen, das richtige Wissen, die Skills, das Mindset, die Kompetenzen, die wir für eine erfolgreiche Expedition brauchen? Haben wir die richtigen Tools an der Seite dieser Menschen und im besten Fall eine Toolbox, die es ihnen ermöglicht, auch diese Reise, diese schwierige Expedition auf diesen Berg im Winter auch wirklich zu meistern? Trainieren wir die Tools mit der benötigten Datenqualität, dass wir da auch sicher sein können, dass diese Inhalte verzerrungsfrei sind und nicht diskriminieren, wenn wir dann Vorhersagen treffen? Schaffen wir das richtige innovative Organisations-Setup außenrum für eine erfolgreiche Expedition auf diesen Berg? Und zu guter Letzt etablieren wir die benötigten HR-Prozesse und die benötigte HR-Prozesslandschaft für eine erfolgreiche Expedition auf diesem Berg. Und ich mag diese Metapher total, weil sie zeigt, wenn wir das verknüpfend anwenden und nicht immer nur fokussieren auf einem Prozess oder vielleicht zehn Prozess oder ein Tool oder fünf Tools, sondern uns eine Toolbox überlegen und das Ganze ganzheitlich angehen, zusammen mit den Menschen, die wir heute haben und den Weiterbildungsmöglichkeiten und Notwendigkeiten, die sich dort ergeben, eingebettet in ein Organisational Setup, das auch wirklich Innovation fördert und Fehler erlaubt, weil der Umgang mit KI im Trial and Error passieren wird, wenn wir Fortschritte machen wollen. Und deswegen mag ich diese Bergmetapher so sehr und würde euch dafür gerne begeistern, in dieser Metapher zu denken, wenn es um KI-Projekte und auch KI-Projektrahmen und Landschaften im HR geht, zu sagen, unsere Vision für HR Tech ist aktuell noch viel zu klein. Eine Bergexpedition im Winter, das ist eine große Vision. Was wir aber für ein Problem aktuell haben, unsere Erwartungen, obwohl wir eine kleine Vision haben, sind riesengroß. Von überall hört man, HR wird abgeschafft und das wird fundamental sich alles morgen schon ändern und dergleichen. Die Erwartungen, die wir damit schüren bei unseren Stakeholdern, sind auch viel zu hoch. Nein, wir brauchen eine viel größere Vision, aber eine viel realistischere Einschätzung der Erwartungen, dass man nämlich auch häufig, wenn man versucht, einen Berg im Winter zu erklimmen, der abgebildete Berglade war der K2, der erst kürzlich im Winter erklommen wurde, dass das sehr häufig scheitern kann. Und dass das bei Ausgang heute ungewiss ist. Das ist genau dieser Gedanke, den ich euch mitgeben würde heute durch diese tolle Veranstaltung, dass wir gemeinsam anhand dieses Grundgedankens die Pitches einordnen mit den Kolleginnen und Kollegen der Startups, sprechen darüber und dann im Kontext auch im Panel diskutieren, wie es denn aussehen muss, wenn wir hier wirklich fundamental etwas voranbringen wollen und die Technologie wirklich sinnvoll nutzen wollen, die uns heute schon zur Verfügung steht. Vernetzt euch gerne. Ich danke, dass ich den kurzen Impuls halten durfte und freue mich jetzt auf die Startup-Pitches. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.